Ja hallo meine Pfotzi-Bärchens und Ping erstmal. Schöne Grüße aus meinem Urlaub. Ich wollte nur ein kurzes Update geben. Heute passiert nicht so viel auf meinem Kanal, oder diese Woche generell. Nächste Woche vielleicht auch nicht. Wir sind hier fleißig im Soundlord-Studio am Arbeiten, um die neue Scheibe Chaos, Necros, Kosmos aufzunehmen. Dann schauen wir mal, wie das denn so wird. Wie gesagt, es ist nur ein kleines Update. Heute sind die Gitarren dran. Gestern haben wir die ganze Zeit Schlagzeug aufgenommen und gegrillt. Wir haben super schönes Wetter. Wir können hier im Garten chillen. Es ist einfach herrlich. Ich mache wieder das, was ich am liebsten mache, nämlich Musik. Musik mit guten Freunden. Das ist mir noch viel wichtiger als alles andere. Deswegen, kurzes Update. Habt ihr das auch mal hier gesehen. Gourminister macht Urlaub, hat hier ein leckeres Köstritzer. Schon ein bisschen früh noch, aber was soll's. Wir sind im Urlaub. Und jetzt gehen wir gleich mal rein und dann geht's an die Gitarren. Ach ja, genau. Es folgt keine Durch-die-Nacht-Episode hiervon. Es gibt aber eine Doku, die ich dann auf Karabhafika.tv hochladen werde. Seid also gespannt. In diesem Sinne, habt euch wohl. Genießt die Zeit. Und nicht vergessen, zu viel Internet ist ungesund. Jetzt tschüss, ne? Tschüss. Jetzt tschüss. Jetzt tschüss, ne? Tschüss. ard. Vielen Dank.